Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Und wir fliegen jetzt. Okay, wir sind jetzt hier oben. Kann ich hier mit Lampe irgendwas machen? Ja, kann ich. Ah, 5 Stück muss ich davon aktivieren. Anschießen, Hilfe. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich kann schon rutschen hier. Okay, äh. Ah, ja, das ist die nächste Lampe. Da vorne sehe ich schon die nächste. Da links sehe ich einen Charakter und den Schüler in Gefahr. Hau ab. Nein, 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 nein. Nimm doch eine Mine, die steht doch da. Der wollte doch nur mich haben. Ach, den muss ich auch noch anschießen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass hier nichts passiert ist. Okay, hier ist die nächste. So. Okay, da unten komme ich. Ich probiere gleich mal was aus. Ich glaube mal, ich kann ihn schon von hier retten. Oder auch nicht, da ist eine unsichtbare Wand. Ganz toll. Gut, den 10.000 hier habe ich natürlich gesehen. Oder oben ist auch einer. Den hatte ich nicht gesehen. So, dann holen wir mal den. Hä? Warte. Ach, den habe ich, glaube ich, eingesammelt. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Ah, da ist noch einer. Okay, in diesem Level kriegen wir sehr viel Geld. Ach, da ist die letzte Lampe. Da ist noch ein Dementor. Und wir kriegen ein Hauswappen. Hauswappen. Ja. So, davon brauchen wir noch einen zweiten. Den bauen wir mal schnell. Geht's hier rein? Nein. Dann mach mal auf. Und wir gehen rein. Jetzt sind wir hier drin. Super. Aber was gibt es hier? Gibt es auch nochmal irgendwo vielleicht einen 10.000er? Wäre nicht so schlecht. So, rechts ist ein 1.000er statt. Okay. Der Wichtel ist direkt wieder respawnt. Ach so, da links muss er hin. Funktioniert nicht so ganz. Aber ich schaffe das. Gut, dann fackeln wir hier mal die Pflanze ab. Und Harry kann weiter. So, das gleiche nochmal. Geht's jetzt drauf. Ja, jetzt geht's drauf. Nein, Harry. Bleib da. Nicht zurückgehen. So, Hermine. Du kannst du selber zurückgehen. Ah, da oben komme ich sogar ran. Ah, ah gut. Ich bin mal so nett. Ich helfe dir doch. Wir haben gleich 50.000 Stats. Au, ah, verdammt. Ja, mit Hermine kann ich nichts machen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Stirb jetzt endlich. Okay, ich muss... Irgendwo wieder einen Trank brauen. Das ist nicht gut. Wir haben es da erst zerstört. Verrächtet irgendwas im Charakter? Vielleicht? Nein, ein Hauswappen. So, links brauche ich schwarze Magie. Und was kann ich hier machen? Das, 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 das. Und... Wir kriegen... Ah, okay. Das ist ein Teil für den Trank. So, dann kannst du schon mal einen Zahn ausspucken. Ich würde gerne mal wissen, wo ich das überhaupt reinschmeißen muss. Ah, hier. Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Und Nummer 3 ist dort oben auf dem Baum. Dann filmen wir den einmal. Glaube ich. Oder nur den Ast. Nur den Ast. So, da rechts ist noch ein Dementor. Dann packe ich schon mal den richtigen Zauber aus. Was soll das denn? Na gut. Die waren jetzt nicht... wirklich eine Bedrohung. Oh, da hinten ist noch einer. So, da oben gehen wir gleich lang. Weil dort oben ist Ende. Ah, hier hinten ist auch Ende. Gut, dann gehen wir nach oben. Oh, da hinten ist noch eine Bedrohung. Mir fehlt noch sehr viel Geld. Leider. Oh, Hilfe. Ich bin ein Gank. Aua. Und du auch. Nein, ich will nicht. Ah, ja gut. So geht das. Achso, äh... Okay, hat geklappt. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt, aber... Es ist eher unwahrscheinlich, deswegen... Wahrer Zauberer werden wir leider nicht. Aua. Hau ab! Ich möchte gucken, ob ich da oben noch irgendwas mit der Lampe machen kann. Ne, kann ich nicht. Das war knapp. Ich bin eingefroren. Wir kippen einfach mal beide aus. Aua. Jetzt bin ich tot. Okay, den wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Und der letzte. Und das war's mit dir. Oder auch nicht. Jetzt aber. Okay. Und da war's mit dir. Ja. Lachen Oh, ja gut, das wollte ich nicht überspringen, egal. Ein Hauswaffen haben wir. Vorratshaber sind wir leider nicht geworden. Wir haben jetzt insgesamt 2 Millionen Stats. Goldene Steine haben wir jetzt. 68 von 200. Geschichte fortsetzen. Ahem. Oh, ja gut. Und damit haben wir jetzt den, ich glaube, dritten Film. Ja, doch, ja, 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 blä. Damit haben wir jetzt den dritten Film abgeschlossen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Mit 32,8 Prozent insgesamt im Spiel. So, die Credits werde ich nach dem vierten Film durchlaufen lassen. Ähm, ja, ist das nur noch ein Film, der uns fehlt? Danach haben wir die Hauptstory abgeschlossen. Fehlt. Es fehlt nicht mehr viel. Gut. Äh, ja. Beginne ja vier. Gut, aber. Dann würde ich dir jetzt erstmal sagen, das war's für mein Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.